Unser Campingpark liegt in einer malerischen Landschaft zwischen dem Weserbergland und dem Teutoburger Wald im Weserfreizeitzentrum. Der Campingpark Kalletal ist Eco-Camping-Mitglied. Das heißt, in diesem naturnahen Campingpark erhitzen wir zum Beispiel unser Wasser mit erneuerbaren Energieformen, denn wir fühlen uns verantwortlich für die Umwelt. Im Minimarkt bekommen Sie alles Nötige für den täglichen Bedarf. Seien es Brötchen am Morgen, ein leckeres Eis oder schnell noch ein Mitbringsel für die Liebsten zu Hause. Keine Lust zu kochen? Lassen Sie sich doch einfach mal in unserem Strandbistro mit frischen Spezialitäten verwöhnen. Nehmen Sie Platz auf unserer Außenterrasse mit Seeblick oder im freundlich eingerichteten Innenbereich. Freuen Sie sich auf einen erholsamen Aufenthalt im Campingpark Kalletal. Wir bieten großzügige Komfortstellplätze für wirklich jeden Campingtyp. Lassen Sie doch einfach mal den Alltag hinter sich und genießen das freundliche Ambiente unseres Campingplatzes mit allen Annehmlichkeiten, die Sie sich für einen perfekten Urlaub wünschen. In unsere Bungalow-Zelte und Mietwohnwagen brauchen Sie nur einzuziehen und der Urlaub kann beginnen. In fußläufiger Entfernung zum Campingpark liegt die Wasserskianlage Kalletal. Ob Wasserski, Wakeboarden oder Tretboot fahren, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, bei uns lernt jeder Schritt für Schritt die eigenen Grenzen kennen, die Kräfte der Natur zu meistern und dabei einen riesen Spaß zu haben. Unsere zeitgemäßen Duschhäuser bieten allen Komfort, den Sie sich wünschen. Großzügige Duschen- und WC-Bereiche, Aufenthaltsraum, Küche, Mietfamilienbäder. Lassen Sie sich verwöhnen in unserem Wellnessbereich, in dem milden Sanarium, bei einer Massage oder der finnischen Kelo-Außensauna. Für die Kinder gibt es zahlreiche Spielmöglichkeiten auf insgesamt drei Spielplätzen und in den Sommerferien eine unaufdringliche Animation. Wenn Sie sich in der unendlichen Ruhe ausreichend erholt haben und es Zeit wird für einen Ausflug, dann besuchen Sie die Stadt Rinteln mit den beeindruckenden Fachwerkhäusern, das Kloster in Möllnbeck oder ein anderes schönes Ausflugsziel. Der Campingpark Kalletal freut sich auf Sie.